Im Jahre 2012 feierte das Indie-Studio Subset Games einen großen Erfolg mit seinem Roguelike-Rollenspiel FTL, Faster Than Light. Mit Into the Breach veröffentlicht das Team nun endlich sein nächstes Werk. Auch diesmal stehen Roguelike-Elemente im Mittelpunkt und werden intelligent mit Rundentaktik verknüpft. Entstanden ist ein taktisches Kleinod, das den Spieler enorm herausfordert, aber es schafft ihn auch immer wieder aufs Neue zu motivieren, es wieder und wieder zu versuchen. In einer fernen Zukunft kämpfen zeitreisende Mech-Piloten gegen gigantische Monster aus den Tiefen der Erde. Mit eurem Trupp aus drei verschiedenen Mechs ist es zunächst euer Ziel, vier Inseln gegen die Angriffe der Biester zu verteidigen, bevor ihr gegen ihr Nest vorgeht. Die Schlachten finden auf überschaubaren, zufalls generierten 8x8 Feldern statt, auf denen Gebäude, Wälder, Berge und andere Objekte verteilt sind. Hauptaufgabe ist die Verteidigung der zivilen Gebäude, denn jeder Verlust bringt euch auch dem Verlust des gesamten Planeten näher. Erfolgreich aus einer Schlacht hervorzugehen, ist kein leichtes Unterfangen, denn der Feind ist euren drei Kampfeinheiten meistens zahlenmäßig überlegen. Außerdem erscheinen regelmäßig neue Gegner, die eure Probleme nur verschärfen. Es geht in diesem Spiel daher auch weniger darum, den Feind komplett zu vernichten. Stattdessen ist man immer darauf bedacht, die möglichen Schäden so gering wie möglich zu halten, indem die Gegner neu positioniert werden. Neben einem gewissen Schaden haben die meisten Angriffe eurer Einheiten nämlich auch einen Push-Effekt. Dieser fällt je nach Mech und Art der Attacke unterschiedlich aus. Um diese Mechanik taktisch sinnvoll nutzen zu können, zeigt das Spiel stets an, wohin sich der nächste Angriff jedes Gegners richten wird und wie viel Schaden er dabei anrichtet. Dadurch entsteht eine unheimlich motivierende taktische Tiefe. Statt sich einfach nur darauf zu konzentrieren, dem Feind so viel Schaden wie möglich zuzufügen, tüftelt man verschiedene Strategien aus. Im Optimalfall lässt man die Gegner sich dabei selbst vernichten. Völlig ohne Schäden gibt es aber kaum. Vielmehr wird man als Spieler häufig vor die schwierige Entscheidung gestellt, was man zum Wohle des Sieges opfern sollte. Wertvolle Lebenspunkte der eigenen Einheit oder doch lieber ein Zivilistengebäude. Nur wer die richtigen Prioritäten setzt, wird Erfolg haben. Doch allen Planungen zum Trotz werdet ihr irgendwann einen Punkt erreichen, an dem ihr scheitert. Dann heißt es, einen neuen Versuch zu starten. Dafür könnt ihr euren besten Piloten in die nächste Zeitlinie mitnehmen. Außerdem schaltet ihr bis zu acht vorgefertigte Squads mit unterschiedlichen Kampfmaschinen frei. Keine Frage, Into the Breach ist sehr herausfordernd und wird euch immer wieder scheitern lassen. Aber es motiviert auch ungemein, es wieder zu versuchen, weil man stets das Gefühl hat, sich verbessern zu können. Selbst die simple Darstellung in Pixeloptik ordnet sich den präzisen Gameplay unter und lässt zu keinem Zeitpunkt eine aufwendigere Darstellung vermissen. Für experimentierfreudige Taktiker ist Into the Breach ein wahres Fest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017